Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zum STW Tor des Monats Februar und März 2015. In diesem Monat haben wir sechs Traumtore für Sie zur Auswahl gestellt und Sie entscheiden, wer am Ende das Tor des Monats gewinnt. Der Gewinner wird von uns mit einem tollen Pokal ausgezeichnet. Folgende Tore haben wir für Sie ausgewählt. Tor Nummer 1 gehört Björn Bertram von der SSG Halvisdorf-Herkendorf mit diesem Hammerschutz. Unser zweiter Vorschlag ist dieser Treffer von Nils Nerich von der Spielvereinigung Bad Pymont. Patrick Hoppe vom MTSV Erzen ist mit seinem Tor gegen fünf Gegenspieler auf der Drei. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jannik Hannen vom Blau-Weiß-Salz-Hemmendorf ist auf der Vier. Tor Nummer 5 gehört Ünal Özbilen vom TSV Kleinberkel mit seinem geilen Seitfallzieher. Unser letzter Vorschlag und damit Tor Nummer 6 gehört Max von Ösen von der SSG Halvisdorf-Herkendorf mit seinem Hammerschutz. Jetzt liegt es an Ihnen, liebe Zuschauer, wählen Sie das SCW Tor des Monats Februar und März.